hey leute und willkommen zurück zu einer neuen folge von lego star wars 2 wir sind immer noch in der vierten episode im dritten vom sechsten level und ja wie wir ich weiß nicht mal was hier erstmal überspringen eine neue hoffnung genau wir waren wir haben die an ruinen das letzte level befreit und jetzt gehen wir mal in die start genau und sagen dass das nicht die droide sind die ihr sucht jetzt kommt das sind nicht die richtigen die ihr sucht könnt weiterfahren gut du mal wieder überredet mit unseren überragenden überreden fähigkeiten natürlich nur mit der macht aber egal was denn da links das sind für ein elefant und wir sind im level nice nice jetzt haben wir auch beide androiden hier und das an das level kann ich mich besonders gut ändern denn das level war auch in der demo vorhanden uja so gibt es auch ordentlich knete wieder in allen leveln hier nur eins von drei okay wir müssen also karotten finden für ein minikit na gut so viel geld so viel geld aber wir wollen natürlich jetzt nicht jeden müll hier einsammeln vielleicht noch das hier ja blau sind immer gut so und die bau hier können nur sturmtruppen leider hin daher haben wir hier noch kein sturmtruppen dingens in unserem in unserem gröppchen dabei und guck mal wir können auch wieder in das auto hier rein ist ja lustig was das hier kann reingehen leider nicht schade ich dachte jetzt im secret bereich aber natürlich nicht so in den müll wieso schmeißen die bewohner hier so viel müll weg also ich hätte es ja behalten damit kann man nämlich echt ganz viel verdienen dann liegen wir jetzt im müll auch immer so komische diese komischen viecher sind ja immer drin finde ich natürlich auch lustig na gut so gibt es auch warte was machen was machen hier keine ahnung woher der jetzt kam aber okay okay ich sag mal nichts dagegen auch kommen hier rechts kann ich wieder zusammen bauen nice nice was tut das denn in kasten oder so wahrscheinlich tatsächlich ein kasten ich wollte schon mal meinen kasten haben wollte ich auch immer kasten kästen haben schreibt es doch mal in die kommentare so und hier ist wieder ein bösewicht irgendwo ja klopp tot die lungern hier überall rum das finde ich natürlich nicht so schön so jetzt haben wir hier irgendwas hin gebaut jetzt können wir hier hoch und zwei blaue holen so richtig nice so jetzt können wir hier noch ein bisschen rumsliden und auch also schwer böse sichte wo hängen die denn diesmal rum ja egal ich rede erstmal hier brauchen wir dunkle macht leider sind wir nicht auf der dunklen seite der macht deswegen bringt uns das rein gar nichts hier hochkommen hier brauchen wir einen kleinen charakter das sind wir alle groß und stark deswegen bringt das jetzt nicht so viel wir uns mit der treppe geht die kann ich zauber anzaubern kann ich ja mal machen und jetzt kann ich hier links auch wo kann ich auch eigentlich so aber doch gut vielleicht wie androiden oder so vor allem haben wir ja immer wieder sind das sind wir welche kommt hier echt unendlich wieder das ist natürlich ein bisschen nervig natürlich zuerst die die nicht immer wieder kommen die hier also wir brauchen jetzt hier pro wir kommen echt immer wieder was ist das denn finden ist ja doof können wir irgendwie den eingang versperren oder so ich weiß ja nicht umgültig umgültig wir können auch einfach umgültig herumlungern und hoffen dass das jetzt irgendwas wird da hoffen dass die meier die schießen ja ich mich ja nicht abweichen und android bin und so ein roboter kann ja nichts so jetzt habe ich die tür geöffnet jetzt kann ich auch wieder ein mage spielt mit ihr alle töten kommen die immer noch wieder oder haben die ja jetzt kommt nicht mehr wieder schön schön hier gibt es aber sonst nichts na gut so da können wir durch sturmtruppen rein leider sind wir keine von den sturmtruppen deswegen interessiert das jemand hier ist nichts mehr eine mühre und deswegen kann ich auch einfach zerstören und geld raus bekommen so da geht es weiter das haben wir gerade geöffnet aber wir haben noch auf der linken seite nichts angeguckt deswegen wie ich natürlich noch gucken ob hier irgendwo links was ist irgendwas cooles geld ist natürlich auch alter so viel geld ist hier was hier na nix an dem blauen doch also nix war es nicht zwei von drei nice mal sehen ob wir den dritten auch noch bekommen ist oben da können nur kopfgeld dinge rein na gut na gut aber sonst gibt es ja ja gut das war schon alles na gut dann haben wir den dritten nicht gefunden nur zwei weil ja nur zwei leider leider na gut man kann auch nicht alles haben vielleicht ist im nächsten bereich ja noch in so einem mülleimer wenn der karotte drin so was gibt es hier stelle stelle gibt es hier und wir haben wir einmal mit ganz viel geld drin so was macht der ob den können wir auch töten war aber gleich friedlich ist ja auch egal ob friedlich oder nicht uns jede kümmert das nicht wir töten einfach so viele wie möglich denn sie wir sind fies und jedes und so zwar hier biu 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 noch mal töten haben jetzt die haben uns umzingelt ein bisschen kein problem für mich den jedi king ich bin nämlich ben und ben kann natürlich alles machen auch kommt schon so und die kommen hier wieder unendlich weiter durch oder was könnte ich mir den eingang kaputt machen oder so man muss sich nur eine bestimmte anzahl leute töten ja nein jetzt kommen die nicht mehr wieder so und da oben habe ich mir nicht gesehen ich hoffe wir brauchen keinen der ganz hoch springen muss aber sieht aus als wenn wir das jetzt auch schon holen können das mini kit hier ja schön mit 1 von 10 so hier ist ein geldstück drin okay soll ich hier kamen die dinge gerade aus aber da ist sonst nichts abkommen hier können wir für c-3po mal wieder so ein weg bauen damit er auch mal hier hoch kommt aber sie jetzt die 3 post die nirgendwo hoch kommen ohne hilfe sind schon ein bisschen nervig na gut was hier wo ist das denn sie machen sieht aus wie ein fuß oder ja das sieht ziemlich nach dem fuß aus na gut weißt du weißt du was ist das hier haben wir hier sind so ein komisches gefährd vielleicht ist natürlich lustig so in mörmann ist aber nichts er zu dem so braucht keine hilfe beim hochkommen von dieser kleinen stufe so komme hoch er zu was denn diese drin noch mehr staff ich glaube ich will müssen gleich so ein komisches ding hier bauen ich weiß gerade nicht mehr wie die heißen at st at at oder so ähnlich oder ist ja nice das finde ich gut können wir damit auch rumfahren das wäre natürlich auch richtig mega nice so natürlich zuerst kommen die füße dann kommen gerade hier c-3po für dich war da ja auch noch was c-3po hat schon arm verloren ja wie heißt es so schön lieber abend ran als arm ab tja c-3po da sowohl ein bisschen wohl pech gehabt da wächst schon nach du bist ja ein roboter bei dir kann man das ja einfach ersetzen ja tatsächlich wir wollen so ein komisches teil das ist ja extrem lustig so aber wir haben erst die füße aufgebaut nach den füßen kommen natürlich die beine so ein 1 und 1 2 dann noch hier die base was die beiden verbindet und dass da das habe ich übrigens auch also so ein real life finde ich voll cool dass das jetzt hier auch so ist so ist das fertig tatsächlich es kommt dann noch ein typ nein 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 der ist nicht ernsthaft da reingang das wollte ich gerade fahren auch menschen also kann ich das jetzt doch nicht fahren weil ich fand wir den mal auch der an mich einfach so getötet oder was ja gut ich spiele den hier den krebs und er kann nämlich ein bisschen mehr damage machen zu dir auch musste ein nummer umfahren das ist ja nervig nein mein geld schon wieder ja 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 er ist draußen er ist draußen er ist draußen da ist er jetzt fliegt er hier soll nicht fliegen kommt schon den krieg ich den krieg jetzt können wir echt so ein kurisches wieg fahren mal sehen auch da kommt wieder weiter warte umdrehen umdrehen ich treffe nicht ich treffe nicht schütte ich kann ich nicht treffen nein schon der zum extremen kreis im wendekreis online also die müssen wir zuerst töten bevor der noch mal da reingeht was für einen nervigen wendekreis der hat leider na gut aber damit kann ich die metalldinger zerstören ist voll cool moment damit kann ich wenn er nicht so langen langen wendekreis hätte nicht ach so doch nicht damit kann ich dann wahrscheinlich die weg markierung hier zerstören weil die hier war eins ja genau was schießen schieß schieß ich treffe nicht doch ich habe getroffen nice sind noch eben schnell was das denn doppelte punkte zone natürlich so was gibt es hier so also doppelte punkte zu natürlich ist das schnee sind mal wieder punkte mal zwei und so weiter das irgendein weg waschstraße oder so habe ich gesehen mal sehen also ich muss doch ist das geräusch laut ich muss mal eben gleich gucken wir hatten ja da hinten unser auto stehen lassen mal sehen ob wir das auto hier waschen können jetzt komme ich hier mit meiner schnittigen karra an so und geht das hier rein und guck mal jetzt kann ich hier scheitern drücken kurz und und geht das geht das es wird gereinigt das wurde auch mal zeit das zu reinigen und was kriegen wir dafür geld 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 kommt schon geld nix bekommen dafür nichts was ist das denn wofür habe ich das denn hier hingebracht auch mensch so bringt das hier jedenfalls was wenn ich das also kann ich das hier vielleicht auch sauber machen tatsächlich das geht los 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 luke wir einigen das teil da jetzt müssen wir nicht schade na gut da auch ein bisschen komisch gewesen na gut weil ich konnte werde kann man das machen damit kann man auch noch höhere worte erreichen ist ja cool solche kann ich irgendwas zusammenbauen weiß jetzt nicht direkt was das ist aber ist bestimmt irgendwas cool ist hier ist noch mal das zweite für den zweiten spieler aber wir spielen alleine deswegen bringen das natürlich nichts moment geld einsammeln und ums gut tatsächlich muss die dinge als kaputt machen drei zeit gibt es aber anscheinend nicht 56 kommt schon 7 8 das ist ein doppel kill und dass die letzten jahrzehn von zehn easy alter haben wir direkt noch ein minikid bekommen finde ich cool da wollten wir haben oh shit ich hab ich hab ich hab ich hab ihn rausgeschmissen raus verwirrt wo warte was das denn also der fliegt jetzt nicht auch komm mal der hat einfach mein auto geklaut alter die heftig na gut und auch das hätte ich vielleicht nicht machen sollen natürlich eben doppelte punkte zu machen das hatten wir schon na gut dann gehen wir schnell wieder in meinen komischen cooles gefährt rein damit bevor noch jemand anderes das macht und den tötet bevor er meinen wagen auch klaut das noch ein gegner weil tot und das habe ich jetzt zerstört die barriere da noch gut dann fahren wir mal ganz unauffällig mit diesen komischen riesigen teil hier und lang und guck mal das noch eine blaue die will ich gerne haben danke sehr so und hier gibt es noch mal geld nice hey kriegt das hier auch so viel geld so viel geld so viel geld auch schön schön hier sind auch mal gegner pju 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 so das waren glaube ich alle gegner so gibt es hier noch irgendwas so da durch die tür müssen wir als nächstes kommen hier ist jetzt auch noch so ein zweites ding so noch mal hier noch ein blauer abgreifen hier noch ein bisschen geld uh wir haben schon die hälfte an geld für den wahren jedi status ist natürlich echt cool so wir wollen aber natürlich jetzt auch weitergehen also durch die tür und dann was ist das denn die kommen nicht hier durch die androiden das ist aber doof ne aber die müssen hier durchkommen deswegen helfen wir ihnen mal zerstören wir die hier halt einfach so und das auch noch moment ach warte ich kann da auch drauf schießen nein nicht auf den auch ich kann nicht ziehen ziehen wurde hier in dem spiel immer noch nicht erfunden okay jetzt kann die aber durch und dann können wir auch alle knöpfe drücken so und die knöpfe sollten ja immer noch nicht verpackt sein ja wieso sollten die verpackt sein das wäre ja komisch wenn knöpfe verpackt werden und oh katschen ja na gut und tot nice ey hat einfach seinen körper verloren passiert immer auch immer und oh luke du vollidiot luke kann auch echt rein gar nichts ne ach guck mal den hat es wohl schlimmer erwischt als c3po der hat nämlich beide arme verloren so was ist jetzt los chupacca kann es nicht ertragen den anblick so hm wir brauchen schrift bla 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 uh cooles gerät ja ne will ich nicht äh doch doch will ich hier aber da geht's lang na gut und jetzt können wir auch den coolen han solo spielen nice ey pfp 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 so oh shit das hätte ich vielleicht nicht machen sollen jetzt habe ich hier eine schlägerei ausgelöst na egal so und wir haben auch truee dabei finde ich gut das heißt wir spielen jetzt mit truee und den anderen so die spielen hier immer noch musik die plötzlich irgendwie bedrohlich geworden ist aber egal so der ist noch im weg und ja die sind alle in der one hit down kann ich hier noch irgendwas machen oder muss ich jetzt dem grünen Pfeil folgen ich glaube ich muss dem grünen Pfeil folgen mehr kann ich hier glaube ich nicht machen Na gut, so. Gehen wir mal durch. Und... Achso, die anderen sind wir jetzt losgeworden. Finde ich gut. Wir waren nämlich ziemlich doof. Eins von drei komische, dicke Karotenteildinger. Na gut, wir müssen also wieder Müll einmal zerstellen, um sowas zu bekommen. Kann ich... Damit kann ich... Ja, damit kann ich hier leben. So, hier ist noch irgendwas. Oh, hier ist ganz viel. Okay, aber sonst ist ja auch rein gar nichts. Deswegen gehen wir mal hier weiter. Hui! Und... Oh, was ist das denn für ein Typ? Schon wieder der Elefantentyp, den wir auch schon am Anfang in der Cutscene... Anfangs-Cutscene gesehen haben. Wer das wohl ist? Man weiß es nicht. So, hier kommen wieder nur Kopfgeldjäger durch. Den, den wir gerade ermordet haben, war auch ein Kopfgeldjäger. Ja, aber sonst gibt's hier nichts. Ich kann hier nochmal rumschwingen. Hui! So, was gibt's hier? Ich kann den Schalter drücken. Aha, und dann... Ne Box. Cool. Ich stich die Box einfach mal runter. Äh, ganz runter, bitte. Ganz runter. Danke sehr. Weil da oben hätte ich auch noch gerne die blaue. Blaue sind nämlich immer sehr beliebt bei mir. So. Was gibt's hier noch so? Irgendeine komische Kante, die kaputt ist. So. Ach, schade. Da war keine komische Karotte drin. Keine dicke, fette Karotte. Kuratte. Hm, hm. Hier gibt's noch Müll ganz viel. Hier kann man wieder hochschwingen, aber das bringt uns, glaube ich, nicht viel. Oder? Ist hier irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Ich kann das ja vielleicht zerstören, aber sonst bringt das uns rein gar nichts. Das ist, glaube ich, nur zum zurückkommen. Ja. Deswegen, ähm, nicht nötig für uns. Nicht nötig. So, doch, die müssen wir mal zerstören. Und, äh, sonst sehe ich ja gerade rein gar nichts. Kann ich die blaue hier vielleicht schon bekommen? Ne. Die bekomme ich irgendwie rein gar nicht hier. Na gut, dann schieben wir die Kiste weiter. Immer schön die Kisten schieben. Das ist nämlich lustig. Kisten schieben und so. So, hier gibt's noch ganz viel Geld. Das würde ich auch gleich gerne einsammeln noch. Denn Geld regiert die Welt. Wisst ihr vielleicht schon. Aber das kann ich ja schon mal in Position hier dingsen. So, ja. Und da muss ich gleich wahrscheinlich irgendwie drauf springen oder so. Und dann sollte das funktionieren. Aber hier noch die Mörmer zerstören mit den komischen Viechern drin. Die ja eigentlich nicht reinpassen sollten, aber egal. Wir wollen ja nicht alles hier kleinstens diskutieren. Und, ey, das Geld. Nein, das Geld. Wir haben das Geld jetzt nicht bekommen. Und C3PO hatten wir auch nicht dabei. Na gut, na gut. So. Das heute... Oh, was kann ich mit dem denn los? Oh. Ne, ne. Ich muss das einfach nur abschießen. Okay, okay, okay. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Da ist der Elefantentyp flieht wieder. Na gut. Tschüss. Dem wollen wir natürlich gleich folgen. Hier, ich mache hier noch eine Prügelei mit den coolen Stormtroopern. So. Hier alle töten. Den wollte ich eigentlich nicht töten. Oh, guck mal. Coole Gefährte. Die können wir ja gleich mal benutzen, um an höhere Orte zu gelangen. So, die fliehen natürlich jetzt. Oh, ich habe irgendwas zerstört, außer sehen. Oh, ich habe ganz viel zerstört, außer sehen. Na gut. Hier ist noch eine Blaue und hier ist noch mehr Geld. Nice. Geld. Und hier ist zwei von drei von diesen komischen Zwiebeln. Zwiebeln. So, hier ist noch ganz viel Geld und noch Blumen und so. Keine Ahnung, was die Blumen sollen, aber... Oh, so viel Blaue, so viele Blaue. Ich will sie alle haben. Gotta catch them all. Oh, so viel Geld, so viel Geld. Oh, noch mehr, noch mehr. Kann ich hier noch irgendwas abschießen? Irgendwie ist es rückgelt jetzt gerade ein wenig. Aber nur ein wenig, deswegen sollte es akzeptabel sein. Oh, guck mal hier. Dung. Nice, ey. Kann ich auch noch abschießen. Oh, schön, ey. Ja. Oh. Alles eingesammelt. Ist das schön. Oh, guck mal. Lego Star Wars. 8.30 Uhr. Ist das ein Kino oder was? Hm. Werden wir natürlich nicht erfahren, leider. So, ruck, diruck, diruck. Hm. Was denn da los? So, da oben brauchen wir wieder schmarten, schwarze Magie. Haben wir natürlich immer noch nicht dabei. Außer Han Solo wechselt jetzt auf die Dunkelseite der Macht. Aber das glaube ich nicht. Das wäre nämlich ein bisschen unlogisch. Nehmen wir die Viecher und... Oh, guck mal, der sitzt falsch rum drauf. Naja, stört dem nicht bestimmt. So, und dann gehen wir einfach mal weiter hier. Links gibt es auch nichts, ne? Gehen wir einfach mal hin in den finalen Bereich. Geht ihr die Tür auf? Ja, ne? Ja, natürlich geht die auf. So, und dann töten wir mal den... Oh, guck mal, da ist ja jeder. Hallo. So, das ist der Böse. Tschüssig jetzt mal ab. Oh, guck mal, der ist im Sterben hier, Schätz. So. Oh, schade, ich dachte, ich kriege den jetzt so. Uu, 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 uu. Na gut, der hat ein paar Kloner geholt. Jetzt war es ein Verräter oder so. Bin natürlich nicht so gut. So, noch ein paar coole Ausweich-Moves machen. Den noch ein bisschen rumschieben, beschießen und so. Piu, 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 das kann ich ja ganz gut mit Hanson, ne? Der ist nämlich ein guter Schütze und so. So, ganz viel Geld, dass wir jetzt fundieren werden. Schade, schade. Und jetzt kommt der noch raus. Jetzt können wir ihn wahrscheinlich abschießen oder so. Nicht? Schade, schade. Na gut, dann tönen wir die weiterhin. Denn hier, piu, 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 piu. Das ist wieder gar nicht weniger. Alter, die, die, boah, die verziehen uns, ja? Alter, wie viele kommen die denn noch? Jetzt war es, oder? Jetzt war es. Wir müssen nur noch hier schießen, schießen, schießen. Oh, Double Kill und Triple Kill. Nice, ey. Da oben war noch einer. Genau. So, kommt der jetzt wieder? Ja, natürlich kommt der wieder. Jetzt sollte er aber auch runterspringen, oder? Der soll mal selber kämpfen? Ja. Jetzt auch eine Lebensanzeige. Piu, 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 piu. Eins, zwei, drei und vier. Nice, ey. Wir haben ihn besiegt. Jetzt müssen wir noch die nervigen Klone hier besiegen. Piu, piu, piu. Nice. So, und da oben auch noch. Piu, 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 Piu. Nice, ey. So, und dann geht auch auf magischer Weise die Tür hier von dem Raumschiff auf und dann können wir auch schon das Level benden hier, ne? Nice, ey. Piu, 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 piu. Ja, die Klone haben uns nicht getroffen. Yay. Was die Klone da gemacht haben? Keine Ahnung. Okay. Hihihi. Yay. Wir sind alle geflohen. Oh nein. Das Imperium. Aha. Hm. Das ist aber doof. Ah, schnell zum Todesstern. Ah, nee. Heyhihi. Oh nein, die Prinzessin wurde gefangen. Ah, nein. Oh. Was? Ihre Heimat? Oh. Hoffentlich zerstören die diesen Planeten nicht. Oh nein. Ah, nein. Nein. Das war doch die Heimat von der. Oh nein. Oh. Wie fies die sind. Level abgeschlossen. Beispiel freigeschaltet. Oh, ja. Fahrradgedie haben wir leider nicht bekommen, aber dafür Han Solo und Chewbacca, auch wenn wir Chewbacca kein Stück gespielt haben. Aber theoretisch hätten wir das machen können. Fahrradgedie Story. 82% nur. Na. Ganz knapp nur. Ganz knapp. So, Steine gesammelt haben wir auch ganz viel. Na gut. Minikids. Ja, 1, 2, 3 Millionen. Und, na gut, na gut, nur gut. Aber jedenfalls haben wir einen, einen, äh, einen Goldenstein bekommen. Für Level abgeschlossen. So. Und dann würde ich sagen, was ist auch schon wieder von dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.